Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, mein Name ist Stefan und ich begrüße euch zu einem weiteren Lightroom Tutorial. Heute geht es um das Bearbeiten von Fotos bei Nacht. Ja, ich habe ja letztes Mal ein Foto bei Sonnenuntergang bearbeitet, diesmal gehen wir in die etwas dunklere Stimmung. Ich habe hier ein Bild von Köln genommen, die typische Kölner Ansicht, die eigentlich auch jeder kennt, mit dem Kölner Dom im Hintergrund. Und ich möchte euch einfach mal meinen Workflow zeigen, wie ich dieses Nachtfoto bearbeiten werde. Und ich hoffe, dass ihr dabei ein bisschen was mitnehmen könnt. Also viel Spaß dabei. So, werden wir einfach mal anfangen. Ich werde jetzt hier mal die Paletten ausblenden, damit ihr das Bild ein bisschen größer seht. Und das Erste, was ich tun möchte, ist, wie auch beim letzten Mal, den Dynamikumfang etwas zu erhöhen. Das heißt, ich werde die Tiefen etwas aufwählen und die Lichter etwas heruntersetzen. Das gibt dem Ganzen so einen kleinen bisschen HDR-Look, aber übertreibt es nicht zu doll. Also plus 100, minus 100 muss nicht unbedingt hier immer sein bei Tiefen und Lichtern. Da reicht für einen etwas natürlicheren Look auch um die 50 bis 60. Dann werde ich als nächstes mit gedrückter Alt-Taste den Weiß- und den Schwarzwert wieder angleichen. Also ich halte jetzt die Alt-Taste gedrückt und ziehe den Weißregler hier nach rechts, bis ich hier so ein paar Pixel sehe. Alles, was wirklich weiße Pixel sind, die sind auch wirklich komplett ausgebrannt. Alles andere, da sind nur die einzelnen Farbwerte dann schon ausgebrannt, aber noch nicht komplett weiß. Das gleiche werde ich jetzt auch bei den Schwarzwerten tun. Und hier sieht das schon so ganz gut aus, da muss ich gar nicht so viel machen, denn ich möchte hier schon noch ein paar Details auch in den Schatten haben. Wir sehen auch schon am histogramm, das Bild ist ein bisschen unterbelichtet. Ich werde deswegen die Belichtung insgesamt ein Stück nach oben ziehen, auf ungefähr 0,5, das sieht ganz gut aus. Und außerdem noch den Kontrast ein wenig erhöhen. Okay, perfekt. Dann werde ich die Klarheit noch ein wenig herunterziehen, um diesem HDR-Look ein wenig entgegenzuwirken, um das ganze Bild wieder ein bisschen sanfter wirken zu lassen. Und Dynamik und Sättigung fasse ich hier auch wieder nicht an, weil das Bild einfach schon extrem gesättigt ist. Die Brücke wird sehr, sehr stark angeleuchtet, der Dom wird sehr stark angeleuchtet, also da haben wir schon sehr, sehr viel Sättigung im Bild und das muss man nicht weiter erhöhen. Okay, ich werde allerdings mir nochmal den Weißabgleich ein bisschen angucken. Ich denke mal, dass ich hier ein Stück weiter runtergehe, so auf ungefähr 4.500, vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Das gefällt mir schon ganz gut, dass ich den Himmel noch ein bisschen blauer bekomme, denn die Brücke ist ja nun wirklich schon gelb-orange genug. Das sieht schon ganz gut aus. Mal gucken, ob ich noch ein Stück Magenta mit dazugebe. Ja, das sieht auch sehr gut aus, darf man auch nicht zu viel machen. Ungefähr so, ja. So gefällt mir das schon ganz gut. Und damit bin ich hier oben in dieser Grundeinstellungspalette fertig, gehe jetzt mal hier weiter runter. Ich werde wahrscheinlich in dieser HSL-Farbton-Palette die Sättigung von dem Orange noch ein Stück rausnehmen, wenn auch nicht viel, aber dieses Orange von der Brücke, das ist wirklich schon sehr, sehr dominant hier in dem Bild. Um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, werde ich die Sättigung von dem Orange ein bisschen runterdrehen und dafür ein ganz klein bisschen die Sättigung vom Blau höher ziehen, um den Himmel noch ein bisschen knackiger zu bekommen. Ja, so sieht es schon ganz gut aus. Dann gehe ich weiter runter. Teiltonung lassen wir hier mal bei dem Bild in Ruhe. Und stattdessen gehen wir in die Details und wir wollen das Bild schärfen. Hier habe ich wieder meinen Standardwert von 80. Und dann drücke ich wieder die Alt-Taste und ziehe den Maskier-Slider nach rechts, um die Bereiche, die wir gar nicht schärfen wollen, wie zum Beispiel den Himmel oder auch das Wasser, ein wenig auszumaskieren. Alles, was jetzt schwarz zu sehen ist, wird nicht geschärft. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Das kennt ihr schon vom letzten Video. Und genau, so sieht es ganz gut aus. Ich werde ein klein bisschen Rauschreduzierung aktivieren. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal zu 100% hier dieses Bild reinzoomen, dann sollte das schon ganz gut aussehen und hat auch wenig Rauschen im Bild. Das sieht alles sehr gut aus, ja. Okay. Achso, was ich übrigens am Anfang vergessen habe. Ich möchte euch ja immer auch die Einstellung von dem Bild mitteilen. Ich habe jetzt hier bei Blender 8 fotografiert, 6 Sekunden belichtet bei ISO 200. Warum ich ISO 200 genommen habe, kann ich euch inzwischen gar nicht mehr sagen. Normalerweise sage ich ja immer ISO 100 auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist. Ich hatte wohl offensichtlich meine Gründung oder ich habe es einfach vergessen umzustellen. Okay. Dann gehen wir jetzt hier noch weiter runter in die Objektivkorrekturen. Da werde ich auf jeden Fall die Profilkorrektur wieder aktivieren. Lightroom rechnet dann automatisch diese Verzerrung hier aus. Und die chromatischen Aberrationen werde ich ebenfalls entfernen. Das ist hier in dem Bild eigentlich gar nicht wirklich notwendig, aber ich mache es einfach immer, um ganz sicher zu gehen. Und dann werde ich die Upright-Funktion in Lightroom, die seit Lightroom 5 hier so mit dabei ist, mal ausnutzen und auf Auto klicken. Und Lightroom wird mir dieses Bild noch automatisch ein wenig ausrichten. Es ist noch ein Stück gerader geworden. Ihr seht es auch hier an den Pfosten, die jetzt wirklich ganz gerade nach oben zeigen. Das sieht schon sehr gut aus. Zu guter Letzt möchte ich hier noch eine kleine Vignette hinzufügen, um das ganze Bild so ein bisschen an den Außenkanten abzuschließen, um den Betrachter wirklich hier auf diesen Kölner Dom zu ziehen. Es sieht wirklich sehr klasse aus. Also wer noch nicht in Köln war, beziehungsweise noch nicht den Kölner Dom fotografiert hat als Fotograf, kann ich nur jedem empfehlen. Der wird super angestrahlt, wenn es dunkel wird. Und die Deutzer Brücke hier im Vordergrund... Ist es die Deutzer Brücke? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es ist die Deutzer Brücke. Alle Kölner mögen es mir verzeihen, wenn ich jetzt falsch liege. Ihr könnt es gerne in die Kommentare posten, wie die Brücke wirklich heißt. Jedenfalls ist es ein super Fotomotiv und das sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Als Letztes gucke ich mir noch die Kamerakalibrierung an und wähle hier mal ein anderes Profil aus. Adobe Standard ist ja so das gängige Kalibrierungsprofil. Ich gucke aber mal, was Landscape sagt. Normalerweise gibt Landscape dem ganzen Bild ein wenig mehr Kontrast. Ja, sehr viel mehr Kontrast. Das ist mir schon zu viel. Das kann ich nicht nehmen. Dann probiere ich mal Kamerastandard aus. Das ist normalerweise mit etwas weniger Kontrast. Ja, das gefällt mir schon besser. Ist aber für meinen Geschmack immer noch in den dunklen Bereichen ein bisschen zu dunkel. Und ich gucke mal, was Kameraneutral macht. Das sieht, glaube ich... Ja, das sieht noch ein Stück... Naja, das ist jetzt schon fast wieder ein bisschen zu hell. Ich nehme mal Kameraneutral und werde jetzt die Schwarzwerte hier oben nochmal ein Stück weiter runterziehen, damit das ganze Bild wieder ein wenig realistischer aussieht. So gefällt mir das schon ganz gut. Und das Letzte, was wir jetzt noch machen, ist den Radialfilter hier oben nehmen und ein wenig mit Licht wiederzumalen. Letztes Mal habe ich das mit dem Pinsel gemacht. Das geht aber genauso gut auch mit diesem Radialfilter hier. Der ist auch neu seit Lightroom 5, glaube ich. und der funktioniert so, dass ihr euch hier einfach einen kleinen Kreis aufziehen könnt. Und alles, was ihr jetzt in dieser Palette hier einstellt, wird standardmäßig außen um diesen Kreis herum angewendet auf das Bild. Nur in diesem Kreis nicht. Das ist eigentlich der eigentliche Nutzen von diesem Radialfilter gewesen. Aber inzwischen haben viele entdeckt, dass man auch diese Maske umkehren kann. Dann noch die weiche Kante hier etwas erhöhen. Und dann können wir nämlich, wenn wir die Belichtung erhöhen, hier einen schönen Lichtspot erzeugen, den wir dann überall, wo wir wollen, einsetzen können. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier auf den Kölner Dom noch einen Lichtspot setzen, wobei der natürlich sowieso schon relativ fäll ist. Aber so ein klein bisschen kann ich das hier noch erhöhen. Dann werde ich das Ganze mit dem Rechtsklick duplizieren. Noch einen Lichtpunkt hier hinsetzen unter die Brücke. Um einfach das ganze Licht im Bild ein wenig interessanter zu machen. Das ist eine schöne Methode, die ich damals von dem französischen Fotografen Serge Rangeli kennengelernt habe. Schaut auch unbedingt mal bei dem auf seinem Kanal vorbei. Der macht auch Lightroom-Tutorials auf Englisch. Und ist auf jeden Fall ein sehr guter Trainer, was das angeht. Ich werde jetzt hier noch ein paar so eine Lichtspots setzen. Hier eine an der Brücke vielleicht noch. Ich kann hier auch mal die Belichtung noch etwas erhöhen. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Wenn ich fertig bin, drücke ich hier auf Fertig. Und was ich jetzt noch machen möchte, zu guter Letzt noch mal einen kleinen Verlaufsfilter hier einsetzen. Und von hier oben einfach den Himmel noch ein ganz kleines Stück dunkler machen. Das habe ich hier schon gemacht, indem ich die Belichtung auf ungefähr 0,5 setze. Und einfach ganz oben hier den Himmel noch etwas abdunkler, um das Bild noch ein wenig weiter zu schließen an den Rändern. So, ich drücke auf Fertig. Und das war es eigentlich auch schon, was ich an dem Bild mache. Das ist so mein Workflow, wie ich Nachtfotos bearbeite. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz die Vorher-Nachher-Ansicht. Also so sah das Bild am Anfang aus. Ja, wir haben eigentlich, wenn man so guckt, gar nicht so viel gemacht. Also das Bild ist schon relativ gut aus der Kamera herausgekommen. Wir hatten halt sehr gute Lichtbedingungen. Und gerade wenn der Himmel relativ dunkel wird, wenn es noch nicht schwarz ist, aber wir in die blaue Stunde kommen, dann kann die Kamera auch sehr gut mit den Lichtsituationen umgehen und auch ein sehr ausbalanciertes Bild erzeugen, ohne irgendwelche Nachhilfe. So, wie gesagt, das war mein Workflow für Motive in der Nacht. Wenn ihr Interesse an weiteren Tutorials oder Workflow-Videos von Lightroom bei mir habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Ich würde mich sehr freuen, euch beim nächsten Mal hier wiederzusehen. Bis dann, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao und bis zum nächsten Mal.